Also eine Nusskrippel, eine von dieser, wie heißt das? Die da, die da, ja. Die, belgische Schokolade. Kirsche und belgische Schokolade. Okay. Dann Apelstrudel, eine, ich will alles kosten. Na gut. Dann der Mohnstrudel, eine. Ja, einmal von Grammel Pogace. Habe ich das richtig gesagt? Und homemade Marmalade, gell? Ja, bitte. Das sind alles Marmalade, oder? Und was ist das? Leccio. Leccio ist siebe, Tomaten und Paprika, die sie fertigen, nur zu Hause warme machen. Okay. Ich will das und Eier zusammen, oder alle Eier zusammen. Und sie haben noch ein, wie heißt das? Das ist Paprika. Paprika. Scharp Paprika, ungarische Paprika. Aha. Aber gibt es auch nicht Scharp? Die habe ich schon. Nein, es ist ein Eier. Das ist so oben, also es ist ein Milder. Okay, name Aine. Okay. Oops. Oops. Und, ah, broad keeps up. Okay. Ja. Ja. So, to stop, I bought from the farmer's market today, galing sa mga magsasaka. Ayan, organic sya. Of course, it's with Banat Bay Coffee. Yung Banat Bay Coffee, 3 and 1 sya, di ba? May stevia na, may gapas na. Okay. Banat Bay Coffee. It's coffee time. Merienda time. Meron. Ito yung binili ko kanina dun sa farmer's. Oh. Daddy. Come. Come. Di yan, para matikman lahat. Ah, lahat. Kung anong gusto mo. Ito may moon. Ito apple strudel. Yan naiiwa mo. Oh, tama na. Di ba naman? Tikman natin na. Gawa ng Hungarian. Okay. Moon kasi eh. Moon ang laman niya. Yan naman, ah, pork. Baboy. Kami ng baboy. Ayun, no? Ewan ko, kahit yung ano niya, matigas, no? Yung krapen. Mmm. With coffee. Merienda time. Bakitigman natin yung apple strudel. Ayan na yung tura. Matigas yung iba. Mmm. Apple strudel. Masala palambot. Mmm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.